Nein, vorwärts fahren. So. Naja. So. Alter, wenn es mal hier Parkplätze gäbe, und das ist in der Tat hier ja vollkommen klar, dass da drüben Parkplätze sind. Ja, wem soll man jetzt vorgeleisten? Dem PD oder? Ach guck mal, so ein bisschen halt. Warte, soll ich dich befreien? Geklemmt. Ich geh da weg, ich will hier weg, weil ich will nicht nochmal... Geklemmt. Was hier wieder anstellt hier, das gibt's hier. Ja. Das ist ja auch so was Lustiges vom Role-Playing, das hier, ja. Mal gucken, wer jetzt hier so un-RP ist und dann das beendet. Genau. Oh Mann, ich will hier mal aussteigen, hallo. Bis zum Beispielflug. Ah, cool. Ich bin gar nicht mehr eingeklemmt. So, ich fahr jetzt weiter, ne? Ja, fahr einfach, wir müssen. Wir sollen eh wegfahren, also. Ich brauch mal einen Truck. Ich komm hier nicht raus. Also ich bin da irgendwie... Wir fahren hier einfach um die Kurve, ne? Wir fahren hier einfach um die Kurve, ne? Wir fahren hier einfach um die Kurve. Los geht's. Was? Jetzt kommt hier weg. Ja, wir warten. Wo ist er für? Da, wo der rot-blaue Flugzeug tragt der Leer. Erbring wir mal zum Bürgerladen. Ach, vor Ort war auch schon wieder. Jetzt warte doch mal, warte doch mal. Was macht ihr denn da? Bürgerladen, 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 Bürgerladen. ja genau jetzt sind wir in einem neuen Gebiet Lalalala ich bin die Schuld die alte Oma rennt weg guck mal ein bisschen aufeinander jetzt Acht geben das ist jetzt eine Situation in der ich noch nie war weil Thomas mal gehört ich hab schon mal hier vor dem Auto wieder zu Fuß Seid ihr? Irgendwann muss der Tag kommen wenn das wir sagen und so Ach hier Und ich werde grad kontrolliert Entschuldigung, selber schuld Ich sterb hier gleich Uaaaaaah Aber Ja Ey, kannst du sie alle mitlesen? Könnt sie ja, ne Ich lese überhaupt nichts mit, ich bin grad am drehen Jetzt hab ich mal einen Trailer verloren Weil das war dann weh Ach, die alte Oma muss mal hier rein gehen Ja und ich werde grad hier verwarnt Lalalala Alles auf ne Worte hier Genau Die alte Oma hat grad hier zwei Partypizzen verrückt Ja ich bin ja heute schon dreimal verwarnt Kann ich mal jemand hier beim Pizza Point abholen? Nein Ach die alte Oma muss erstmal ausruhen hier Alter, wieso hat mich denn hier geparkt, ey Diggaas Ich geh mal mein Skin wechseln Wie lange brauchst du noch? Ja, warte, warte, der labert gerade mich voll Ich laubert den gerade ein, dass wir nach nem Parkplatz suchen Ich bin hier eben je mit Platzes in ner Bahn Und ich mach mal hier anhalten Bring mir mal zum Skin Shop 4 Ich kann gerade nicht schneller rennen Ich war hier um der Ecke an einer Straßen Bin unterwegs, Leute Ich kann nicht mehr laufen Ich kann nicht mehr laufen Ich unterstützt dich, also ich hab mir da jetzt nicht zu nah ran fahren Weil ich möchte hier Das ist schon mal Steck ein, du, ey, Oma Fahre mit uns zum Skin Shop Zum Skin Shop, rüsenlos Äh, hier gleich in der Ecke, rechts rum Linkrum, meine ich Ja Das kann auch nicht so hoch Ja, ja, der Bulle da ist So, warum? Wo seid ihr denn jetzt wieder hin? Ich bin hier vorne Ja, ich bin hier vorne Tja, aufsteigen. Wem möchtest du dich jetzt nur schuldigen? Ich fahr gleich, ich dreh noch mal ne Runde und fahr noch mal vorne dran vorbei. Ihr solltet euch ja nicht verstehen, nur damit das Letztplay an das wird, das ist nicht gut. Lalalalala. Ganz real. Ich will dem weismachen, dass wir hier eine Letztshow machen und nicht einen Letztnerv. Machen wir auch gar nicht. Tipp, 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 tipp. Tastatur ein. Ach so, da. Oh, nicht G-Schneid, nein, egal. Beliefern den Zipsdorf. Trotz. Ich bin der coolste Skin überhaupt, aber hätte ich glaube ich die meiste Kraft. Wo seid ihr? Hilfe? Ach so, äh, was, wo sie? Was, was nur macht? Waaah! Oh, der hat, wenn der nicht, ähm... Was erlert ihr, die gemacht hat so? Mit den nächsten 20 Sekunden wieder da, als bin ich weg. So, los, los geht's. So, äh, ich so, einsteigen, los. Auf zur Trucker-Depot. So, bis der da mal fertig ist. Ja, sollen wir mal was anderes machen als Truck. Ich glaub's, das wird sonst langweilig. Ja, was sollen wir machen? Sag an. Truckfahren geht nie langweilig. Cool, ich hab ja sogar ein Licht an. Weil die Dings haben wir noch nicht gemacht, die, die Patroule da. Hallo, wir sind da. Was? Und ich fahr weg. Ach du Scheiße, ich muss wieder umdrehen. Alle zum Trucker-Depot, dann machen wir was anderes. Okay. Bei Auto und mit dem Wohnwagen nicht hingegen. Oh, lolo, lolo, lolo. Aber wir können mal den Wohnwagen... Erklär nochmal die Tankstelle, da kommen wir in der Zwischenzeit. Wir können ja mal den Wohnwagen zeigen. Geld. Wie der Wohnwagen aussieht. Der kleine Wohnwagen für so viel Geld. Ja, mein Wohnwagen ist da an der Truck. Ja, dann gehen wir dann mal in deinen Wohnwagen. Ja. also, ich hab' einen dreckigen Auto. Oh, he. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was zur Hölle? Ist's im Wohnwagen? Lolo? So, einfach mal irgendwo hinstellen, ne? Geht schon. So. Hey, 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 nicht mich einfach. Hier gibt's mir da überhaupt nichts angezeigt. Ich weiß nicht, was hast du schon gemacht. Aber wirst mal den Trailer destroyen? Ich weiß schon nicht so die Hölle. Jump and run anteuer hier oder was. Der geht von automatisch weg. Ab in die Autos. Ähm. oder in den wir wollen wir wollten den wohnwagen mal schauen ja aber der scheiß auto weg da jake wo ist denn das gelbes auto weg da ich falle gerade durch die erde und jetzt bin ich nach grove street ähm geht mal in den wohnwagen rein mit g bitte geht mal in den wohnwagen rein nein wir gehen mal in den wohnwagen es verpackt der wohnwagen und will nicht mehr reingehen also ich gehe in den wohnwagen ich bin gleich da wo es heißt er im blauen oder im gelben im gelben im gelben ja der ist offen er geht einfach rein hey wir sind bei dem wohnwagen offen äh Leute wenn ich jetzt nach unten gucke ich sehe den wohnwagen ich bin nämlich gerade in der grove street also ich bin der wohnwagen ich bin der wohnwagen und äh die Wettbewerke ist auch da ich sehe meinen wohnwagen und der Niklas ist auch da ja ich sehe den aber der gelbe wohnwagen Niklas ja ich sehe da überhaupt keine Autos ach so ja dann würde ich sagen zum Beispiel schreiben soll ich wieder ähm irgendwo hin so Jake ich zünde da mal deine Kleidungsstücke an mit Zigaretten so na äh hey was schlagt denn schon Opa ja wirklich was soll ich denn rumlaufen hier irgendwie im Spiegel ich kann nicht mal mehr Gras rauchen da wären wir mal jetzt hier raus ooooi ja ja toll jetzt irgendwie die Hölle los lalala oh ich bin level 6 ausgestiegen oi ab jetzt alter oh da hinten kommt ein was sind das für ein Typ ach so oh ah wurde jetzt geportet der atmet persönlich ach ne mein Bruder ach ne ich wurde geportet wer holt mich jetzt hier beim U-Amt ab ja äh wir kommen schon warte jetzt jetzt kommt man hierher alle ich muss doch noch paint and spray mein Auto ist ein bisschen kaputt ja mein Auto auch da werden eure Autos da angezeigt ah hier ist ein Fajiu es geht hier los der Markus Reis portet deine Autos weg Niklas was ja ja macht er extra macht er extra sorry sorry Mist er hat gesagt dass das Outlook geschlossen ist so ja geht schon so äh Farber bitte zum Civi spawner habe ich meinen Club geparkt oh ok wie man was man sieht wenn die Aufnahme noch läuft äh ist hier grad die Hölle los ja die Aufnahme läuft noch ich mach das in mehreren Partys wie gesagt ok ja wir gehen jetzt mal Auto holen ich hab grad mal meine Achsel gerochen und sie stinkt cool es steht Markus hier noch nein ist weg es ist weggeportet uuuuuh wie ist denn stehen meine Autos hier nicht noch ich glaube mein Auto steht noch beim Civi spawnen und es ist um das verhalten auch ich lege meiner Nittro an ich lege das Nitro nicht mach mal einen Vlog sooo yay fucking opsale der Ronny ich holte mir auch gleich die Kamera, aber der klappt es auch nicht schlecht aber hier sieht er Spoiler geiler aus das ist ein bisschen kaputt wohl sie ist immer seit der schwarze so so ich gehe mal paint and spray ich müsste auch mal gleich so auf geht's wir haben den Ball gleich mal tanken gehen aber ich gehe mir auch wieder Nitro holen lang wird schon niemand entdecken wir folgen den Katastrophenfilmen ja genau da hat mein Wegen heutzutage einer recht wir können ja mal Supermarkt ausrauben was sind sicher nicht so viele Bullen wie bei der Bank hat das letztes mal nie funktioniert funktioniert das? weiß nicht wir können die Bank ausrauben aber dann sitzen wir erstmal ganz schön lange und wir haben keine Waffen das ist scheiße wir sind auch so lange als würdest du ein Auto schieben geschweige einen Waffenschein einen Waffenschein lasst uns doch mal auf eine andere Weise die Cops ärgern einen Waffenschein genau lecker Waffeln wir schlachten uns gegenseitig auf und rufen immer die Polizei an ach fuck ich hab gerade minus 300 gehabt wir wollen komm wir ärgern mal die Polizei auf eine gewisse Art und Weise was heißt hier ja ich geh mal Nitro machen macht doch einfach mal slash police sagt hallo ihr Opfer und dann bekommt ihr erstmal 10 Wanteds oder 5 ich weiß gar nicht wie viele ja ja lock 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 so jetzt ziehst du meinen Nitro? alle treffen sich jetzt beim Bahnhof bitte ja aber die müssen uns noch als Pets beimachen ja dein Niveau sieht man ja nein ja nein komm mal da yeah ordnungsamt kommt ja